Liebe Stadtquiz-Freunde, einen schönen guten Tag. Ja, in Düsseldorf hatten wir auch ein Hofbräuhaus, und zwar stand es am alten Hafenbecken in der Nähe des Rheintors. Und Jan Wellem ließ es 1695 errichten. Ein Matthais Feigel wird in den Dokumenten als Hofbrauer genannt. Neben der eigentlichen Brauerei gab es natürlich auch Lagerräume oder Kellerräume, sowie die Wohnung des Brauers. Etwa ab 1799 wurde dann das Gebäude als Pack- oder Lagergebäude genutzt. Der Hafen war ja in der Nähe. Und Ende des 19. Jahrhunderts fand dann sein Abriss statt. Die neue Frage lautet, wo gibt es denn in Düsseldorf das größte Auge und das größte Ohr? Kleiner Tipp an einer Wand.